Wann treffen wir drei wieder zusammen, um die siebte Stunde am Brückendamm? Am Mittelfeiler, ich lösche die Flammen, ich mit, ich komme vom Norden her und ich vom Süden und ich vom Meer. Hai, das gibt einen Ringel rein und die Brücke muss in den Grund hinein. Und der Zug, der in die Brücke tritt, um die siebte Stunde, hai, der muss mit, muss mit. Tantant ist das Gebild von Menschenhund. Und es war der Zug, am Südenturm keucht er vorbei, jetzt gegen den Sturm. Und Sonny spricht, die Brücke noch, aber was tut er es? Wir zwingen es doch. Ein fester Kessel, ein doppelter Dampf, die bleiben Sieger in solchen Kampf. Und wie es auch rast und ringt und rennt, wir kriegen es unter, das Element. Die 3214 Meter lange Eisenbahnbrücke wurde im Jahr 1878 erbaut. Sie ging über den schottischen Fluss Tai und stürzte wegen einem Unwetter am 28. Dezember 1879 ein. Die 3214 Meter Wandbrücke wurde im Jahr 1879 erbaut.